Also Leute, hier ist lieber Ekel, euer Abiturcoach. Wir sind heute auf der Jobmesse in Düsseldorf und ich nehme euch einfach mal kurz ein bisschen mit rum. Und ich würde sagen, wir sprechen einfach mal darüber, was ich euch so empfehlen würde, auf so einer Jobmesse zu machen. Und natürlich allgemein auch, was ich euch empfehlen würde, was Sinn macht, später dann auch in eurem... Wenn ihr euer Abitur dann habt, ja, mit unserer Hilfe, auch mit dem Schnitt, wo ihr sagt, den wollt ihr vielleicht erreichen, was ihr dann macht. Und ihr könnt schon sehen, hier sind einfach unendlich viele Aussteller. Es gibt 100.000 Firmen, Tim und Lukas können ja auch einfach einmal rumschwenken. Und was ihr da halt wirklich einfach merkt, ist, dass es einfach richtig, richtig krass ist, wie viele Möglichkeiten ihr habt. Jeder will hier irgendwie euch irgendwas erzählen, so, hey, komm zu uns, wir machen dann eine Ausbildung und sonst irgendwas. Und die Frage ist natürlich so, worauf will man sich fokussieren? Weil wenn ihr ganz natürlich nur schaut, was ist, was irgendwie, was klingt spannend, dann werdet ihr immer auch 100.000 Sachen finden. Ja, ich glaube, es gibt allein aktuell in Deutschland irgendwie 16.248 Studiengänge. Die könnt ihr euch natürlich alle durchschauen. Das Problem ist nur, ihr werdet halt niemals, 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 niemals da genau das finden, wo ihr denkt, boah, das ist genau das. Und wenn ihr es finden wollt, dann müsst ihr halt natürlich auch 100.000 Sachen suchen, um da überhaupt mal drauf zu kommen, ja. Deswegen, was ich euch empfehlen würde, anstatt auch gleich auf so eine Messe zu rennen, euch komplett überfluten zu lassen von irgendwelchen Informationen habt ihr. Bei jeder Messe habt ihr irgendwie, keine Ahnung, kriegt ihr da einen Stift da, keine Ahnung, von Lidl eine Banane. Übrigens, geile Aktion, finde ich mega, ich habe mir auch schon eine geholt. So, das bringt euch natürlich was, ja, weil ihr habt ein paar Informationen mehr, aber es auch nur noch ein Stück mehr Informationsflut. Das heißt, was ich euch empfehlen würde, setzt euch lieber daheim, so dumm es jetzt klingt, in euren Keller, nehmt euch ein Stück Papier, nehmt euch einen Stift, den könnt ihr euch auf so eine Jobmesse holen, da gibt es natürlich genug davon. Ähm, und dann könnt ihr euch halt wirklich einfach hinsetzen und überlegt euch wirklich mal, was wollt ihr? Weil was bringt euch das? Die ganze Zeit, euch anzuhören, was hier irgendwelche Unternehmen für Ideen für euch haben, das Wichtige ist ja, was wollt ihr? Das heißt, ihr überlegt euch mal ganz konkret, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Und da fangt auch wirklich gleich, ähm, wirklich so im Big Picture, sage ich mal an, anstatt einfach nur zu sagen, boah, was will ich für einen Job haben? Weil natürlich ist es cool so, ja, ich will Medizin studieren, weil ich Menschen helfen. Das ist schon sehr cool und sehr geil, wenn du das weißt. Ähm, nur auch dann ist ja die Frage, was möchtest du dann konkret machen? Das ist natürlich im Medizinstudium schon mal sehr gut, nur auch da müsst ihr euch bewusst sein, ihr lauft Gefahr, euch sehr schnell in irgendwas reinzubringen, was eigentlich überhaupt nicht euer Punkt ist, ja. Das bedeutet, wenn ihr dann auf einmal habt ihr, keine Ahnung, zehn Jahre lang studiert oder was weiß ich, oder zehn Semester oder wie lange ist es auch im jeweiligen Land, wenn ihr gehabt, Deutschland, Budapest, was auch immer, wo ihr es macht, ähm, lauft sich die Gefahr, dass ihr unglaublich viel Zeit reinsteckt, nur um dann im Endeffekt zu merken, das ist gar nicht das, was ich wollte. Deswegen, nehmt euch wirklich einen Stift, ja, klaut euch den einfach irgendwo hier, wollt ihr einfach so einen Kugelschreiber nehmen, danke euch. Und, was ihr dann damit machen könnt, ist, ihr könnt einfach hinsetzen, überlegt einfach selbst mal, was wollt ihr machen, weil das ist dann einfach tausendmal wertvoller. Ähm, weil wenn ihr das dann habt, ja, dann habt ihr einmal überlegt, okay, was wollte ich eigentlich machen und mit der Intention, wenn ihr wisst, was ist mir wichtig, wie viel Geld will ich verdienen, wie viel Freizeit will ich haben, ähm, will ich was mit Menschen zu tun haben, will ich im Büro arbeiten, will ich in der frei, irgendwie in der frischen Luft arbeiten. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr auch auf so eine Messe oder auch allgemein mit dem im Internet, wenn ihr recherchiert, viel gezielter nachschauen und euch konkret überlegen, was will ich eigentlich machen und dann habt ihr hier auch dann eine viel bessere Möglichkeit, ähm, euch das Ganze anzuschauen. Das war's für heute.